Hallo und herzlich Willkommen zu einem Folge von Minecraft in Tschechien, wir haben jetzt schon ein bisschen gemacht, aber es war zu blöd, ich habe es richtig nicht aufgenommen. Ja, also, du hast drücken irgendwas nicht vorhanden. Also, ich schüttere dir jetzt auch den hier. Yay! Ich wollte hier gerade beim Clip-Pack aufladen. Ja, ich wollte hier gerade die Plombefe machen. Ich auch. Weil der cool ist. Der ist eigentlich verbrauchtbar. Brennen wir ins Gegenteil. Hm. Alter, so schön ist er gar nicht, also. Wie wir einfach schon so richtig viel haben. Ja, ist so. Wenn wir weiter so ein Gast geben, ist bald vorbei hier schon wieder. Scheiße. Also, schwer ist das Ding noch nicht. Hm. Easy, peasy. Bronze, brauchen wir Copper und Tin. Tin, Bronze, brauchen wir Copper und Tin. Das war wieder eine kluge Aussage. Ähm. Aber Tin, das, oder? Oder hast du schon? Weiß ich gar nicht. Ja, Tin, das, okay. Oh, die Erze sind alle durch. Hm. Machst du schon? Ja, ich mach gerade schon Bronze, aber nur für mich. Ich bin Rassi. Mach mal ein bisschen das für mich. Oh, 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 lol. Du kannst die Bronze noch mit dran machen. Da ist ja voll viel dran. Feil. So, Tin haben wir. Flint and Steel ist nur Eisen und Flint. Das ist ja das Allerteuerste von einem. Ah, Jungs, Flint. Flint and Steel. Guest Tank. Das ist auch nicht schwer. So. Kannst du mal ein bisschen, ähm, von dem Enriched Alloy geben? Von dem Enriched Alloy? Ja, ich kann. Brauch zwei Stück. Äh, wenn du mir so ein, ähm, Basic Contour Circuit gibst. Ich hab keinen. Boah. Ach, hier sind doch welche drin. Sind noch welche drin? Ah, ja. Okay. Ganz arm. Als Belohnung für den Tipp. Okay, ich hab den Flammenwerfer. Ich auch gleich. Warte. Ich hab ihn ja auch in zwei Sekunden. Was brauchen wir? Was brauchen wir für Gas? Ja, ich glaub Wasserstoff. Ich glaub Wasserstoff. Phytogen, ja. Hm. Also einfach nur am, Gas Tank, wie der Jetpack aufladen. Boah, braucht ihr viel. Brauch viel? Ich lad den hier in Gas dingern. Hm. Boah, passt zu viele rein. Heilige Scheiße. Ja. Wohl. Ich hab' ich jetzt auch noch so viel mehr wie das Jetpack, keine Ahnung. Wo sind der gestern geht? Hier oben. Achso, versteckst du von mir. Hab' ich laut frei auf. Ja, ich hab' dann hier oben getan, wo ich hier lege. Das ist ungefähr gleich viel wie Jetpack. Echt? Ja, das ist ein... 24.000 passt ins Jetpack. Geil. Sind's wahrscheinlich auch 24.000 ungefähr. Aber warum Hydrogen? Weil Wasserstoff und geil und... Hä? Ja, Wasserstoff kann man gut entzünden und macht ein bisschen Bogen und geil. Wasserstoff ist entzündlich. Ja, und zwar hochentzündlich. Wenn du da riesen Wasserstoffbehälter hast und das anzündet, dann macht auch mal... Ja, 24.000. Das kann gut sein. Ja, meiner. Kommst du gleich. Ich bin jetzt aber zufällig zum Wart. Deshalb... Ich mach' gleich so. Huuuuh. Ja. Huuuuh. Huuuuh. Nichts anzünden hier. Das sieht richtig kacke aus, ey. Die Pflaumen. Ja, und? Au! Alter, ich hab' halt' ich hab' halt' ich hab' halt' Was? Er macht aber Damage. Er hat mich einfach getötet. Ich mach' das erstmal schlecht. Ich mach' das erstmal schlecht. Das ist dir jetzt... Fast... Also... Das ist meine ganzen Sachen hin, Alter. Warte, oder? Warte, oder? Das war was? Ja, alles klar, weißt du? Also, ich bin hier schon so... Wo sind jetzt meine ganzen Sachen hin gefallen? Warte, F? Boah, ey! Wolltest du was an... Sammeln? Äh... Ne, hab' nichts. Oder hab' ich alles? Weiß ich gar nicht. Krass, dass ich schon alles habe. Dass ich einfach nur wenig hatte. Wir haben schon 47 Eisenerz. Wir haben schon 47 Eisenerz. Das ist doch nicht schlecht. In einer Kiste. Ohohohoho, Flammenwerfer. Was findest du jetzt cool? Ein Flammenwerfer oder ein Sampler? Beides. Jo. Nice. Ich kenne dich an, Mann. Wie tust du dich? Warte, ich schieße einmal kurz. Ich will wissen, wieviel Damage das macht. Ich bin jetzt bei drei Herzen. Und jetzt halt auch der Feuerschaden. Wie drei Herzen? Also drei Herzen Damage halt. Ach so. Warte, muss ich... Bleib eigentlich. Bleib still. Wir stehen hier. Mal. Boah, lol. Das macht Damage, also... Das macht richtig Damage. Wenn du das gedrückt hältst, dann kannst du auch mal schnell gekillt werden, wie ich eben gerade. Ich sterbe. Echt? Ich bin dran. Naja, vom Feuer halt. Doch, das war ein Schuss, oder? Okay, das Ding ist OP. Sieht zwar nicht so ganz geil aus, aber... War das ein Schuss? Einfach mal so... Bumm. War das ein Schuss? Bumm. Bumm. Das hätte ich mal Multi-LP dann. War das ein Schuss, oder was? Das war ein Schuss. Ei, 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 ei. Also einfach nur so kurz. Mal, guck mal kurz. Ich will nochmal. 4 Herzen Damage und dann halt der Feuer schaden. Deshalb gehe ich jetzt auch ins Wasser, wenn ich gleich wieder krepiere. Ich will bei 3,5 Herzen. Jetzt gerade. Nur weil ich ins Wasser gegangen bin. Guck mal. Guck mal. Guck mal, das ist nur so ein Schusschen. Oh! Jetzt ist das Versuchsobjekt. Ja, oh nice. Brauch schon tot, ey. Das fand ich mal... Wahnsinn. Oh, geil. Und sowas hätte ich gern mal in GTM, alter. Und ähnliches, was genauso cool ist. Im Lächeln, mein Modpack AG muss sowas von Mechanism reinhauen. Wie gehört auch ein gezündet. Ja, definitiv. Und das bleibt ja auch noch unser Geheimnis, weil sie eben guckt auf die Folge eh nicht, oder? Ne. Boah, naja. Warte mal. Also eins sag ich dir. Mechanism ist in Skyblock drinnen. Man kann sich das selbst anziehen, irgendwie. Echt? Also man brennt ja nicht, aber man kann sich... Wenn du schaust, jetzt komm mal auf Start, dann gebe ich dir Unterricht. Yay. Das war jetzt ein Unterrichtsraum, Bad. Guck. Man muss diese Fliege dann so schießen und dann weiter fliegt. Dann brennt man zu kurz, aber irgendwie brennt man nicht. Also man muss fliegen und dann genau vor dich sind. Naja, ich hab gesehen. So. Irgendwie brennt man aber nicht. Ja, ich seh's. So, haben wir irgendwo noch ein Versuchsobjekt? Ich will zünden. Oder ein Wald oder sowas. Hier, komm. Oh, das ist eine Schwende. Warte. Schönen guten Winkel. Also, wenn ich hier so klappen würde, wär schön. Wenn hier so 10.000 Mops kommen, dann kommen wir einfach wuuu. Jo. Einfach mal so. Jo. Was von jetzt? Kurz geschossen und... tot. Wer? Oh Leute. Boah, ist das richtig dunkel hier. Oh Leute. Oh Leute. Oh Leute. Was gibt's noch so für Zeug? Hier ist ein Geist. Alles klar? Ich brenne. Warum brenne ich? Weil Geist. Ich verbrenne. Ich bin verbrannt. Lo. Kompli. Was ist das GG? Eine todreiche Folge heute. Weißt du was? Es gibt doch noch einen Electric Bow. Was? Ja. Ja, aber nichts ist besser als Glammwerfer. Zu der Vollständigkeit halber mach ich den jetzt auch noch. Come on. Okay. Das Sampler hab ich wieder. Nein. Der hatte ich wieder. Ich bin der Flammwerfer. Warum nur drei Strings? Wir haben exakt drei Strings. Dann das Zeug. Okay. Achso. Den hab ich in zwei Sekunden gemacht. Hier ist mein Jetpack. Ah. Hier ist der Flammwerfer. Kommt mein Zeug wieder. So. Ich hab jetzt auch noch einen Electric Bow. Woah. Wir laden mal noch schnell auf. Und dann. Woah. Wie er will für heute so viel aus, Mann. So. Oh lol. Ich brauch noch nicht mal Pfeile für. Das sind Pfeile aus Strom. Mach hier gerade. Ich kann doch auch noch. Ist das auch noch mal gefeiert? Wie mach ich den denn an? Warte mal. Controls. Weißt du was ein Bearwolf droppt, wenn man den kill ist? Was? Äh. Holzwerkzeuge. Ich weiß. Nein. Steinwerkzeuge. Echt? Bei mir waren es Holz. Werkzeuge. Ja. Ich mach hier den Fire Mode an. Item Mode Switch of M. Habe ich das jetzt. M geht nicht. M geht nicht. Warte ich guck das auch. M geht bei mir auch nicht. Guck mal O. Wo? Der muss kein Feuer machen. Sonst hat er noch Feuerpfeile. Feuerpfeile? Ja, ich hab einen wirklich oben hier. Ne. Jetzt schießt der gar nicht mehr. Ne. Der ist eh easy zu machen. Hä. Jetzt muss er der Boom gar nicht mehr. Irgendwie. Hä. Okay. Ich mach da mal kurz eine kurze Folge draus. ganz schön. Ja, wenn wir nur sind da. Bei fast 15 Minuten. Ich zünde hier mal einen Schwein an. Loll. Wollen wir mal etwas weiter anzünden? Läcke inzünden. Geht doch gar nicht. Ja doch, weiter anzünden einfach. Geht nicht? Was? Dann wird. Vergeht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Auf ey. Assi. Oh, sorry. Da ist Wasser Agent. Ja ey, ich muss da reinkommen. Jetzt sterbe. Dann bist du tot. Ey, verstehst du? Ein Herz. Der macht einen Grundhit, wenn du so willst. Ey, lass nochmal kurz den Query gucken. Naja. Das ist einfach nur krank. Warte, wir müssen doch noch ein... Lass noch mal kurz den Query gucken. Lass mal noch einen Junk, oder? Oder da hinpacken? Wieso? Wir können einfach die Junks erweitern. Ich sag jetzt kein Koffen dafür. Verschwendung. Ja, mach mal weiter. 81 Junks, oder? Ich weiß jetzt nicht. Geht da an. Geht das aus? Mal sagen. Oder soll ich noch einen draufhauen? Weiß ich nicht. Jetzt geht's nicht. Ne, das reicht noch nicht aus. Ich hau mal noch zwei Stufen drauf. Da müsste eigentlich der Junklauter reichen. Ich hab jetzt Radius von 7. Und weil es so schön ist, mach ich Radius von 8 gleich noch mit. Ich hab meine Steck, äh, Eisen hier und noch 15. Ja, das packt drin. In einer Chess übrigens. Aber da hinten ist nichts. Wie viele Chess hast du eigentlich gemacht? Viele. Dieser Zombie wird jetzt sterben. Ich beende dann hier jetzt die Folge. Oh. Dann werfe halt gar nicht so eine lange Range. Ne. So, dann war's auch für die heutige Folge. Ich hoffe, der hat sich gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.